Heute haben wir den Koya von der Xbox am Start in einem wunderschönen Wurfmesser-Kill ein wenig random, aber trotzdem sieht es richtig geil aus da hinten vom Atombunker abgebounced und die Gegnerinnen, da nur mal schnell in der Wiederholung wirklich geil, merci viel mal fürs Schauen bis morgen und einen schönen Zusammenhang